Es waren mal an einem fröhlichen Sommertag Acht Monate ist schon die letzte Folge mit Minecraft YouTube am Malen her Das große Finale, bald Gucken wir mal in die Kommentare Das Finale kommt bald, also in vier Monaten Leute, das Finale kommt schon noch Aber bis dahin, viel Spaß mit meinem dritten Video der One Week on Ice Ich hab mich kurz geröbst, tut mir leid Darf ich anfangen? Nein, weiß nicht, geht mir anfangen Ganz ehrlich, was ist das hier? Das ist ein Tisch Hä? Ah! Ich hab gedacht, das ist ein Bauch Was, was, was passiert mit dem Typen? Ich habe zu mir zerraten, ihr seid einfach schlecht, wenn ihr es nicht erraten Junge, das sieht aus wie ein Toast mit Spiegelei, was ist das? Hä? Was war das? Achso, bruh Äh, Leute, das ist ein bisschen mit erklären Stellt euch vor, das ist ein YouTube Video Und da unten, hier ist die Beschreibung Und in dieser Beschreibung gibt es manche Sachen, die sind blau Und da steht zum Beispiel Was ist das? Zumi Ah! Ganz ehrlich! Zumi Ja, wahrscheinlich Filmskribe, er redet irgend einer dieses Wort hier Ja, ist ein Eisberg Oh, ich weiß es Wie du heißt es? Ich weiß es Ja Es ist so einfach, oh mein Gott Filmskribe, du musst noch was dazu machen, damit es noch einfacher ist Ja Flieglatsche Penisch leh Du bist so dumm Du bist so dumm Nein Sorry Oh mein Gott, dass du noch eingeloggt hast Ich hab mich zweimal verschrieben Hä? Doch, guck mal was Was ist das denn? Wind? Doch Das ist wirklich simpel T E F E E F FÖHN AAH Oh mein Gott Ich war A auf Kaum viel besser als Filmskribe Aber Jungs okay, das ist eigentlich relativ leicht so Auf jeden Fall der hat ne Maske Ich sag mal so, es ist ein Land Gilt Hier ist so ein roter Kreis in der Mitte Da gehst richtig Warte was? Hä? Es ist eine Maske und überall ist Corona. Ganz ehrlich. Mein Gott, wie soll ich denn sowas zeichnen? Das ist doch so unfair. Das Spiel ist so gegen mich. Ich habe schon verloren mit der Scheiße. Machen wir doch mit der Kernsucht. Nein, die wurden doch behindert. Warum ist denn beim letzten ein Fragezeichen? Nein. Endlich, ganz ehrlich. Es geht um den Kandidaten hier. Achso. Ganz ehrlich. Nein, du bist ein dummen Meistergeber. Egal, du warst sowieso mir auf den Fersen. Ganz ehrlich, ich finde mir scheißegal. Was ist das? Junge, was ist das denn für eine Scheiße? Guck mal, guck mal, ich erkläre mir das noch. Der erschreckt den. Das ist mal klar. Der hat jetzt einen. Was hat der? Einsteifen. Wir fangen mit S an. Oh. Hä? Tock, ein fucking Schock. Achso. Schock. Ganz ehrlich, das war immer schlecht gemacht. Anders kommen wir hinterher. Leute, wir müssen jetzt raten. Saft. Irgendwas mit R. Schade. Oh mein Gott, ich weiß es. Regal. Scheiße. Ganz ehrlich, was ist das denn für ein Hauptenscheiße? Junge, bitte. Mach so eine kleine Erklärung noch dazu. Stell dir hier einen Typ mit einem gelben Anzug vor. Ich kann nicht schreiben. Der entsorgte gerade Müll. Der nämlich ist. Nein, 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 der muss einen Schutzanzug tragen. Jawohl. Ich verstehe ihn gar nicht mehr. Sonst bekommt er Krebs oder sowas. Radioaktivität, ganz ehrlich. Es geht wieder, es geht wieder, Jungs. Es ist nicht easy, ich bin so dumm. Warum mache ich das? Hier ist ein Typ. Der hat in der Hand so ein Teil. Und an dem Teil ist so eine Schnur dran. Und das Ding kommt immer wieder zurück. Oh mein Gott. Wie heißt das? Ganz ehrlich. Und hier ist er noch auf einem Skateboard unterwegs. Ganz ehrlich, weil er cool ist. Nein! Das heißt nicht, was? Bindestrich. Ganz ehrlich. Bindestrich. Bindestrich. Jawohl. Was sind das für Wörter? Was ist eine Manege? Eine Manege? Bist du dumm? Oh fuck. Hallo. Hä? Hä? Leute, was ist das hier? Hä? Hä? Was ist denn an den Baum immer dran? Mit Z? Ja, ein Ast? Hier ist ein anderes Wort dafür. Es gibt kein anderes Wort für Ast. Es gibt kein anderes Wort für Ast. Natürlich gibt es ein anderes Wort. Hör doch auf damit zu, was machst du da? Da fehlt ein Wort für Ast. Und keiner schreibt's außer mir. Hahahaha. Zwei. Hahahaha. 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 Alter, was hast du für Wörter? Das andere war mal Manege. Hahahaha. Manege. Ja. Mein zweiter geworden. Ich würd sagen, die Aufnahme ist im Kasten. Bald kommt das Finale. Manege. 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 Rummprote. Tschüss. Hast du manege. Das warg